Ja, heute werde ich euch vorrechnen, wie sich die Aktienlust-Aktienrente in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und dass auch ihr mit Sparraten von 50, 100, 500 Euro, ja, euch ein Vermögen aufbauen könnt von bis zu einer Million und am Ende des Tages passives Einkommen generieren könnt von 5, 8 oder 10.000 Euro. Bleibt dran! Ja, herzlich willkommen hier auf Aktienlust-TV. Ja, gestern habe ich euch natürlich Lust auf die Aktienlust-Aktienrente gemacht und euer Zuspruch ist wirklich großartig. Und natürlich stellen sich da einige die Frage, ja Jürgen, 20 Jahre, willst du das wirklich machen? Ja, natürlich will ich das machen. Ja, ich habe einfach Bock darauf und was soll ich auch sonst tun? Aktien sind meine Leidenschaft und ich hoffe einfach darauf und ich wäre sehr, sehr froh und dankbar, wenn ich es auch noch 25 Jahre machen könnte. Ihr kennt ja die alten Hasen wie so ein Bärnecker, der kommt von der Börse nicht los und ähnlich geht es mir ja auch. Und ich habe da Spaß daran, könnt ihr mir glauben. Also mein Ziel ist es wirklich, das auch durchzuziehen, damit auch ihr am Ende des Tages einfach sagen könnt, Mensch Jürgen, vielen Dank, dass wir den Weg mit dir gemeinsam gegangen sind. Das war extrem hilfreich und wir können heute ein viel sorgenfreieres Leben genießen, als wir uns das hätten vorstellen können. Und ich zeige euch heute mal eben, was das für ein Weg sein wird. Und er wird am Anfang nicht leicht sein. Also wer jetzt denkt, dass er in drei Jahren schon den Weg geschafft hat, der ist falsch. Das ist ein Projekt wirklich über Jahre, weil der eigentliche Effekt dieser Aktienlust-Aktienrente, der kommt natürlich mit den Jahren. Ich habe euch natürlich gestern geschildert, es kann Ausnahmesituationen geben, in denen man wirklich eine Aktie erwischt, die relativ schnell da auch mal durch die Decke geht. Aber wir wollen ja planen. Es ist ja auch die Aktienlust-Aktienrente und nicht der Aktienlust-Sprint. Also ich zeige euch jetzt an Beispielen, wie sich das entwickelt und zwar wirklich richtig kalkulierbar und solide. Ich fange mal an mit meiner möglichen Sparrate von 500 Euro und ihr könnt das alles selber auch ausrechnen. Es gibt ja die Zinseszinsrechner im Internet, die kostenlos zu nutzen sind. Ich bin jetzt mal ausgegangen bei meiner ersten Beispielrechnung von einer Durchschnittsrendite von 15%, was mein Minimumziel ist, was ich erreichen möchte. Wie gesagt, historisch gesehen in den letzten Jahrzehnten liegt meine Durchschnittsrendite bei über 20%. Ich habe viele Fehler sogar in den Anfangsjahren gemacht, die will ich jetzt nicht machen. Also ich hoffe auf mehr, aber 15% als Annahme. Und ihr seht das, wenn man jetzt 5 Jahre lang diesen Weg geht, dann habe ich am Ende ein Endkapital von 43.740 Euro. Setzt sich natürlich zusammen aus 5 mal 6.000 Euro, also 500 Euro im Monat mal 12, 6.000 Euro im Jahr, 5 mal angelegt 30.000 plus eben die damit entstandene Rendite, die wir im Schnitt erwirtschaften. Auch das natürlich, die Börse ist nicht geradlinig. Wir werden mal ein Jahr haben mit 10% Rendite, eins mit 20%. Wir werden mal eins haben mit 5%, vielleicht auch mal negatives und dann wieder eins mit 40%. Im Schnitt werden wir diese Rendite definitiv erreichen. Also, aber schauen wir mal weiter, wie sich genau diese Entwicklung mit dieser 500 Euro Monatsparrate entwickelt, wenn wir auf 10 Jahre blicken. Und ihr seht, da habe ich schon als Endkapital 131.000 Euro stehen. Das kann man sich schon attraktiver vorstellen. Und wir gehen jetzt nochmal weiter und schauen uns das Ganze an, wenn wir 20 Jahre eben die Aktienrente besparen. Und siehe da, da haben wir schon 664.000 Euro zu Buche stehen. Und das ist schon mal wirklich eine brauchbare Summe. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, und das ist ja meine Zielrichtung, die ich habe, dass wir wirklich die 20% Durchschnittsrendite erreichen über diese 20 Jahre. Und siehe da, da kommt als Endsumme 1,24 Millionen Euro heraus. Und das ist doch schon mal eine Größenordnung, mit der man eben rechnen kann. Und wie sich das Ganze aufbaut, das haben wir euch jetzt nochmal in einer langen Grafik aufgezeigt. Und da müsst ihr vielleicht auch zu Hause an eurem Bildschirm vergrößern. Das heißt, ihr seht hier diese Jahr für Jahr, was man eben einzahlt und eben wie eben der Jahresendstand ist. Und ihr seht, nach 10 Jahren, ja, habe ich eben neben meiner Einsparzeit 138.000 Euro hinzugenommen. Und bin insgesamt nach 10 Jahren bei 172.000 Euro, ja, und dann kommt dieser Turbo. Das heißt, je länger ich einfach hier in die Aktienrente rein spare, umso dynamischer entwickelt sich das. Was natürlich auch gleichzeitig heißt, für alle die, die da anfangen, seht zu, dass ihr möglichst in den nächsten Jahren eure Sparraten immer mehr erweitert. Zumindest Richtung dieser 500 Euro, die ich eben monatlich persönlich mit meinem eigenen Geld ja hier investieren werde. Klar ist aber natürlich auch, diejenigen, die von vornherein mehr Monat für Monat investieren, die werden da deutlich schneller vorankommen. Aber natürlich, das ist Teil 1 der Planung. Teil 1 der Planung heißt also, okay, ich baue Vermögen auf. Irgendwann aber kommt ja der Punkt, dass ich sage, ja, okay, jetzt will ich auch passives Einkommen mal generieren. Jetzt will ich wirklich, ja, oder Monat für Monat ordentliches Geld einfach auch mal rausnehmen, um mir Dinge zu leisten, um Urlaub zu machen und alles Mögliche. Also ich breche es mal runter mit einer Million. Also wir haben ja in dem Beispiel gesehen, wir waren bei 1,24 Millionen. 1 Million, wenn ich eben das in den Folgejahren immer noch arbeiten lasse und ich schraube die Rendite runter, weil dann kann es natürlich durchaus sein, dass ich euch empfehle, mehr in Richtung Dividendentitel zu gehen, damit ihr wirklich Ausschüttungen auch zusätzlich bekommt zu den Wertentwicklungen. Und dann gehen wir mal von 10% Durchschnittsrendite aus. Also wenn ihr das Geld dann, was ihr angespart habt, komplett entnehmt über die nächsten 20 Jahre hinweg, könnt ihr euch Monat für Monat 9.285 Euro entnehmen. Und das ist wie gesagt immer bei dem Stand. Wir bleiben dabei, nehmt mal an, wir haben keine Teuerungsraten, wir erhöhen die Raten nicht und so weiter. Aber das ist Stand heute viel, viel Geld, 9.200 Euro Monat für Monat, 20 Jahre lang ein absoluter Traum. Aber selbst wenn ihr sagt, ja also ich will ja nicht alles verpulvern, ich hätte schon gern, dass am Ende was dastehen bleibt. Und jetzt könnt ihr auch die Rechnung machen. Ihr möchtet am Ende nach 20 Jahren immer noch eine Million Euro stehen haben in eurem Depot, aber trotzdem etwas entnehmen und wenn das der Fall ist, dann könnt ihr euch monatlich 7.900 Euro im Schnitt entnehmen und habt am Ende dieser Laufzeit immer noch eine Million Euro Depot, was ihr vererben könnt oder was auch immer. Also das ist doch schon eine wunderbare Rechnung. Das Ganze habe ich jetzt für euch nochmal ausgerechnet mit einer Sparrate von 200 Euro. Weil vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, ja 500 Euro habe ich nicht, aber 200 Euro schon, aber ist das dann auch attraktiv? Und das ist absolut, das ist sehr attraktiv, wie ich euch hier zeige. Also 200 Euro, mein Ziel, 20 Prozent, 20 Jahre stehen 496, also knapp 500.000 Euro am Ende des Tages zu Buche. Und auch hier machen wir jetzt einen Entnahmeplan und zwar Teil 1, 20 Jahre lang, ich lebe von dem Geld, ich will es komplett verprassen und kann mir monatlich 4.600 Euro roundabout als Zusatzrente hier gönnen. Ich finde, das ist schon attraktiv. Und auch da wieder die Alternative, ich möchte am Ende, dass da was stehen bleibt, also diese 500.000 Euro, dann sind es eben 3.950 Euro monatlich. Natürlich kann man da variieren in allen Bereichen, das könnt ihr sowieso. Die einen sagen, okay, ich will an der einen Stelle 500 Euro, ich möchte schneller zu der Million kommen, dann muss ich halt Monat für Monat etwas mehr anlegen oder eben länger anlegen. Das ist ja die Alternative, weil es gibt ja auch viele da draußen, die sind noch jung, ja, die haben Zeit, die planen 25 oder 30 Jahre. Schauen wir mal an, was aus dieser 200-Monats-Sparrate wird bei den 20% Durchschnittsrenditen, wenn ich 25 Jahre das betreibe und das sind wir auch schon bei 1,25 Millionen. Also einfach 5 Jahre mehr und schon kommt das dabei raus und das finde ich einfach großartig. Und selbst wenn ich eben mit 15%, also dieser Minimum-Erwartung, die ich habe, agieren, sind es immerhin auch noch 552.000 Euro. Also ich finde, das ist auf alle Fälle eine Geschichte, die man nachvollziehen kann. Und selbst mit dieser niedrigen Erwartung, man sagt, okay, ich bin ja auch 30 Jahre am Ball und schaut euch das an. Bei 15% sind wir auch schon wieder bei über einer Million Euro. Also das sind alles keine Phantastereien, das sind keine Zaubereien. Es geht einfach darum, dass wir kontinuierlich gute Aktien kaufen, dass ich für euch Aktien raussuche, je nach Marktlage. Das heißt, in Krisenzeiten, wenn wirklich auch junge Wachstumsunternehmen auch mal richtig ordentlich einen auf den Deckel bekommen haben, dann sammeln wir solche Aktien ein. Wir werden in anderen Zeiten, werden wir eher unterbewertete Aktien kaufen. Wir werden Dividendenaktien kaufen und bauen so, so, so ein Depot auf und werden irgendwann natürlich auch in das Feintuning gehen. Also ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden, wie sich die Aktienrente aufbaut. Es ist kein Sprint, es ist ein Mittelstreckenlauf, den ich mit euch gemeinsam gehen werde. Und noch einmal alle Einzelheiten für die, die jetzt sich erst entscheiden, bei der Aktienrente dabei zu sein, findet ihr unter dem Video. Meldet euch an, dort gibt es dann auch noch einen Hinweis auf den Broker, über den ich diese Aktienrente baue, wo ihr das auch abbilden könnt. Also, ich freue mich auf euch, ich habe Lust drauf und ich hoffe, ihr auch.